Jetzt geht auch ein Pickett und der war ja wirklich einer. Der hat überhaupt alles gewonnen in allen Disziplinen. Und jetzt die letzte Sekunde von der Maxi Adé. Jetzt ist er gestartet. Applaus, der Maxi Adé. Der hat noch nicht. Kommt, 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 kommt. 9, 10, 4, 2, 1, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Und steig! Und steig! Und steig! Da applaudierte die Kollegen, die sagten, Bisser! Komm, wirst du wissen, wo ich in deinem Leben die Bisser kommt? Alter! Aber ich habe vorher noch ein Futter-Bullerstuck wieder drin gegessen. Jetzt muss ich es gepackt haben. Ja, ich bin ja nicht da, Bruder. Jetzt geht's noch wieder hier so, wie sie vorlausten. Der geht im Grund. Maxi Adé. So viel genommen. Wie kaum ein anderer. Was macht's nach wie vor? Ist nach wie vor ein Fiesport oder was? Eigentlich keine Zocker, was sie sagen wollen. Also, hauptein sind bei der Schildkrempferklaufen, meine Ereignisse, meine Ereignisse, meine Ereignisse, meine Ereignisse, die sind auch in der Ölschweinvertreter, natürlich. Bis jetzt, wenn ich nicht selber sehe, aber ich komme nicht in der nächsten Zeit. Jetzt möchte ich es ja wieder hinhaben. Das wäre das nicht wie vor der wiring ab, aber ich habe gehzin mit. Vielen Dank für's Zuschauen!